Los war es, Bruder! Nein, wir haben den Elbos! Forger! Das muss schneller gehen! Der erste Schuss muss von der Univance kommen! Forger! Deckung, Männer! Deckung! Na! Ruhig bleiben, Männer! Bringt Wasser über Deck! Sandfässer über Deck! Löscht mir diesen verdammten Brand! Ihr fackelt der Kahn unter dem Arsch weg! Ich will mehr Wasser sehen, ihr Höllenhunde! Löschen, 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 löschen! Und ihr, Mr. Garten, zeigt mir, was ihr könnt! Bereit und Feuer! Gute Arbeit, Mr. Garten! Was? 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 Und wieso schießt dieser verdammte Tal einen Feuerspaar in Feuer? Garten! Deckung, sie liegen am Bug! Sie liegen am Bug! Runde mit dir, Body! Ruhig bleiben, Männer! Ruhig bleiben, Mr. Hands! Anker-Tower-Kappen! Schneller, das hab' ich schonmal schneller gesehen! Glaubt ihr, ich will ewig in diesem Hafen verrotten! Und nun, Mr. Garten! Erste Breitseite! Und... Feuer! Ja, so gefällt mir das! Das nenn' ich eleganten Ladung löschen! Ja, gute Arbeit, Mr. Garten! Ihr habt ihren Besahn erwischt! Ich erhöhe eure Rumration! Perfekt! Wenn wir ihre zweite Breitseite verschossen haben, die Body, Mr. Hands, in die Banden und Segel setzen! Und dann... schießt mir die Saraha runter! Ich will die Saraha fallen sehen! Wir nutzen mehr an sie ran! Lauf, Männer! Na, der Roberts plant doch etwas! Bleibt in Deckung, Männer! Feuer! Deckung, sie liegen mit Chips! Ach, verdammt! Hier sitzt noch die Antiga! Stückmannschaft am Deck! Schnappt euch die Musketen! Pistolenladen, Männer! Ich will Waffen am Deck sehen, ihr Höhlenhunde! Schneller! Das muss schneller gehen, Mr. Hands! Schäden überprüfen! Vorsicht! Wir segeln Haag-Steuerbord! Und jetzt schießt an die Männer, auf die Männern den Seilen! Und Feuer, Männer! Hinter dem Schatz! Trifft die Belegel! Alle haben Feuerwaffen bereit! Leite in Feuer! Und Feuer! Ja! In Deckung! Bleibt hinter der Schatz, Männer! Ich glaube, das war noch nicht Alex! Nein! Sieht ja nichts mit! Feuer! Hick! Ja! Ach, verdammt! Ha! Und jetzt! Mr. Hands! Ans Vorschiff! Bonnie! An die Achterdrehbassen! Ei, ei, Kevin! Schnell! Schießt Ihnen das verdammte Heck herunter! Ei! Ja! Gute Arbeit, Bonnie! Ja! Ja! So gefällt mir das! Nigel, halte die Karte mit! Nigel hat die neuen Fünder! Versenkt das alte Postschirf! Und lasst sie sich den verdammten Kiel am Wrack aufreißen! Feuer, Nigel! Feuer! Was hat der Hund vor? Darum fährt er die langen Neuner aus! Bike! Er plant doch etwas! Dieser Dreck-Sack! Die sind Robots, sie hatten von Anfang an auf den Kieker! Ah! Ja! Ja! Wir haben die Hauptausfahrt! Verdammt! Ja! Ach! Ruhig bleiben, Männer! Bleibt ruhig! Ach! Was ist das? Da kommen wir niemals durch! Ach! Verdammt! Ich brauche einen zweiten Mann am Ruder! Vertraut diesem Schiff, Männer! Und jetzt! Nigel! Steuerbordlupen öffnen! Mr. Gunn voller Breitseite auf den Großmast! Hei! Und Feuer! Für uns! Und die Heimat! Ja! Ja! Das gefällt mir! Ja! Gute Arbeit, Mr. Gunn! Ich erhöhe eure Rumration! Ihr habt iranisch! Die Segel-Würfen-Purm erheben! Boah! Ja! Da! Sie fahren direkt in die Hölle! Ein Fass-Rum-Extra für Mr. Gunn und euch Himmelhunde! Ha! Ha! Und jetzt, Mr. Hanks! Die langen Neuner auf den Hafenturm ausrichten! Schießt uns den Weg frei! Und Feuer! Feuer! So, Leute! Die Klass! Was darfst du hier erwischen? Gebt dem Tal ein Zeichen! Weit! Na, endlich! Mein Zeichen! Dann wurde mal Zeichen gesorgt! Kann doch nicht wahr sein! Vorsicht, die Landgeschützer! Pass auf! In Deckung, Männer! Na, warte, warte, warte! Uiuiui! Es ist so nicht zu gebrauchen, dieser Taler! Das hat sich entwischt! Flit! Diese steckige Murene! Wir sehen uns wieder! Wir sehen uns wieder! Das schwöre ich! Männer am Deck Schäden überprüfen! Dichtholen! Mr. Hans, Hans Ruder, was wollt ihr auf dem Vorschiff, verdammt? Kuss! Straße von Florida. Bone Island! Und euch, Miss Bonnie, erwarte ich in meiner Kajüte. Aye, Captain.